Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glöckner Autowelt aktuell. Heute zum Thema Fiat 500 oder Cinquecento, wie die Italiener sagen würden. Das Kultmobil erobert seit über sieben Jahren unsere Straßen und findet dabei immer mehr Liebhaber. Der Fiat 500 ist nicht nur irgendein Auto, sondern er steht für pure Emotion. Er macht einfach Spaß. Nicht nur den Fahrern, sondern auch uns. Das ist ganz einfach. Wer Fiat 500 fährt, dem steht ein Lächeln im Gesicht. Leider sehen wir unsere Fiat 500 Kunden viel zu selten, weil außer Inspektion an den Fahrzeugen meistens nie etwas dran ist. Unsere Knutschkugel gibt es in vielen frischen Farben. Sie ist einfach der Hingucker. Der Fiat 500 ist einfach cool und mir gefällt am besten, wenn die Interessenten von der Probefahrt zurückkommen mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Mit dem Fiat 500 fährt man nicht einfach nur von A nach B, sondern er verkörpert auch italienische Lebensfreude, egal ob Cabrio oder Limousine. Den Fiat 500 gibt es mit vier Motorisierungen von 69 bis 105 PS, wahlweise als Limousine und Cabrio. Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Ausstattungslinien und 15 verschiedenen Farben, der Fiat 500 hat über 500.000 Personalisierungsmöglichkeiten. Er hat sieben Airbags seltenmäßig und fünf Sterne im Crash-Test. Und haben Sie Lust bekommen? Wir haben für Sie die größte Auswahl an Fiat 500 in Sachsen. Für über 50 sofort verfügbare Modelle haben wir ein tolles Angebotspaket für Sie geschnürt. Dieses beinhaltet 0% Zinsen, 0 Anzahlung, eine günstige Versicherung. Sie bekommen die Garantie um zwei Jahre verlängert auf insgesamt vier Jahre und Sie bekommen Winterräder von uns komplett dazu. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich die Angebote bei uns an. Entweder in Klotsche auf der Grenzstraße 7 oder im Dresdner Süden Donaer Straße 103. Wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF für funk, 2017